Anna Yemolaiwa ist eine genaue Beobachterin des Alltags. Sie findet ihre Bilder im Hier und Jetzt eigentlich in Nebensächlichkeiten, in Selbstverständlichkeiten, die man vielleicht normalerweise nicht wahrnehmen würde, aber die letztlich dann doch sehr viel über das große Ganze der menschlichen Existenz erzählen. Und dadurch ist ihre Arbeit auch sehr zugänglich und lässt uns sozusagen in kleinen Dingen über das große Ganze nachdenken. Vielen Dank.